Schroßberg ist eine Stadt im Landkreis Schwäbisch Hall im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Geografie Schroßberg liegt auf der Hohenur-Ebene am Oberlauf des Vorbachs und ist die nördlichste Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall. Die Stadt grenzt im Westen an Mulfingen im Hohenur-Kreis, im Norden an die Städte Niederstetten und Kreglingen im Main-Tauber-Kreis. Im Osten an die bayerische Stadt Rotenburg kommt der Tauber im Landkreis ans Bach und im Süden an Blaufelden. Die Stadt Schroßberg besteht aus sieben ehemals selbstständigen Gemeinden, heute Stadtteilen und umfasst neben der Kernstadt Schroßberg 53 Dörfer, Weilerhöfe und Einzelhäuser. Darüber hinaus gibt es im Gemeindegebiet von Schroßberg einige Wüstungen, das heißt heute nicht mehr bestehende Siedlungen. Die Stadtteile und ihre Siedlungen Badenstein Die ehemalige Residenzstadt Badenstein mit Schloss Der Weilerklopfhof Das Gehöftwengershof Die Wüstung Meisenwinkel Ettenhausen Das Dorf Ettenhausen Die Weiler Garnatzhausen Hirschbraun Muisberg und Wittmersklingen Die Wohnplätze Mittelmühle und Walkersmühle Die Wüstung Höfleinswiesen Leutzendorf Das Dorf Leutzendorf Die Weiler Bossendorf Funkstadt Gemhagen Hechelein Kleinbärenweiler Spindellbach Standorf Windisch Bockenfeld und Wolfskreuth Riedbach Das Dorf Riedbach Die Weiler Eichholz Eichswiesen Gütbach Heuchlingen Hörnungshof Und Reichertswiesen Die Wohnplätze Fallhaus und Zollhaus Die Wüstungen Burg Altbatenstein Burg Eichholz Leopoldsweiler Und Speckertshof Schmalfelden Das Dorf Schmalfelden Die Weiler Großbeerenweiler Lindlein und Speckheim Die Wüstungen Deutenhofen Flinshof Konnenweiler Ringertzweiler Und Ruthmannsroth Schrossberg Die Stadt Schrossberg Die Weiler Kälberbach Köhnbronn Kralshausen Kreuzfeld Reupolzroth Siegesweiler Und Zell Die Wohnplätze Berghaus Obere Mühle Und Schrossberg Im Tal Die Wüstungen Murental Ölmüche Steinrugel Und Untere Mühle Spielbach Das Dorf Spielbach Die Weiler Böhmweiler Bovenzenweiler Enzenweiler Heiligenbraun Hummerzweiler Oberreichenroth Und Unterreichenroth Die Höfe Keitelhof Und Schöngras Die Wüstungen Molkenbiegel Und Seehöfle Wappen Der ehemaligen Gemeindengeschichte Der Ort Schrossberg Wurde erstmals 1249 Urkundlich Erwähnt Badenstein War seit 1686 Residenzstadt Der Grafschaft Und des späteren Fürstentums Hohenlohe Waldenburg Badenstein Zwischen 1500 Und 1806 War Hohenlohe Ein Teil Des Fränkischen Reichskreises Somit Auch Schrossberg Die heutige Stadt Schrossberg Entstand im Zuge Der Verwaltungsreform In Baden-Württemberg Durch mehrere Eingemeindungen Am 1. Januar 1972 Wurden zunächst Riedbach und Schmalfelden Eingemeindet Am 1. April 1972 Folgte Spielbach Am 1. Januar 1973 Wurde dann Neben Leutzendorf Auch die Stadt Badenstein Eingemeindet Woraufhin die Gemeinde Schrossberg Selbst zur Stadt Erhoben wurde Am 1. Januar 1974 Erfolgte noch die Eingemeindung von Ettenhausen Der Weiler Windisch Bockenfeld gehörte mit seinem Namenszusatz Windisch zu den westlichsten Orten Deren Name auf eine Frühmittelalterliche Slawische Besiedelung Hindeutet Auch der Name von Böhmweiler lässt eine Slawische Vergangenheit Vermuten Politik Die Gemeinderatswahl vom 25. Mai 2014 brachte folgendes Ergebnis Bürgermeister Georg Philipp Ernst Wolf vom Dezember 1835 bis 2. Mai 1867 Johann Paul Dallinger vom 2. Mai 1867 bis 9. April 1900 Friedrich Scheuermann vom 26. Mai 1900 bis 15. August 1917 Friedrich Gotthard vom 15. Dezember 1917 bis 31. Dezember 1927 Wilhelm Hirsch-Bürger vom 2. Januar 1928 bis 1945 Max Kunert von 1945 bis 5. Februar 1946 Rudolf Neu von 30. März 1946 bis 21. Februar 1986 Clemens Ischack seit März 1986 Die Blasonierung des Wappens lautet In Gold über einem grünen Berg eine blaue Kornblume Kultur und Sehenswürdigkeiten Im Hauptort selbst ist das über mehrere Jahrhunderte entstandene Schloss Schrossberg sehenswert Das Schloss ist heute Sitz der Stadtverwaltung Schrossberg Weiterhin beherbergt es einen Veranstaltungssaal, die Stadtbücherei sowie gewerblich genutzte Räume Die Evangelische Kirche wurde in den Jahren 1614 bis 1618 erbaut Der Innenraum ist mit einem schwarz-weißen und dreidimensional wirkenden Roll- und Beschlagwerk aus der Renaissance-Zeit ausgemalt Dabei handelt es sich in großen Teilen um die ursprüngliche Ausmalung, die bei einer Innenrenovierung 1961-1962 still wieder freigelegt, teilweise auch ergänzt und rekonstruiert wurde In der Kirche befinden sich sechs Epita für der Herren von Berlichingen und des Hauses Hohenlohe, die überwiegend noch aus der Vorgängerkirche stammen Weiterhin verfügt die Kirche über eine denkmalgeschützte, 1962 von Helmut Bornefeld entworfene und durch die Gebrüderling erbaute Orgel in einem historischen Prospekt von Johann Anton Ehrlich aus dem Jahr 1779 Die Kirche ist von April bis September an den Wochenenden geöffnet Am Ortsrand befinden sich Reste der ehemaligen Schrossberg Der Teilort Badenstein ist in Deutschland ein einmaliges Beispiel einer geplanten, rein barocken Kleinresidenz Bestehend aus der historischen Staatsanlage mit dem Schloss der Fürsten zu Hohenlohe Badenstein Bei dem Stadtteil Riedbach befinden sich auf einem Bergsporn noch geringe Reste der mittelalterlichen Burg Altbatenstein und an der Riedbacher Straße Reste der Burg Riedbach Regelmäßige Veranstaltungen zu erwähnen ist das alljährlich im Juli stattfindende traditionelle Jakobifest Rund um das Schloss findet immer am dritten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt statt Wirtschaft und Infrastruktur Schrossberg ist über die Bundesstraße 290 und mehrere Landes- und Kreisstraßen an das Straßennetz angebunden Außerdem liegt die Stadt an der eingleisigen Taubertalbahn von Kreilsheim nach Wertheim Im Stundentakt verkehren die Züge nach Aschaffenburg und Kreilsheim Bei dem Eisenbahnunfall von Schrossberg einem Zusammenstoß zweier Personenzüge auf dieser Bahnstrecke nahe Schrossberg wurden am 11. Juni 2003 sechs Menschen getötet, 25 weitere verletzt In Schrossberg ist das Automobilzulieferunternehmen Konnenklicke Nature Holding BV mit einem Produktionsstandort vertreten Dort werden hauptsächlich Muttern für den Kraftfahrzeugbereich hergestellt Die in Schrossberg ansässige Molkereigenossenschaft Hohenohrfranken EG stellt mit dem Markennamen Schrossberg aus Biomilch in Demeterqualität eine große Anzahl an Milchprodukten her Es besteht die Grundhaupt- und Realschule mit Werkrealschule Schrossberg mit etwa 670 Schülern In der Stadtbücherei können neben Büchern auch Zeitschriften, Hörbücher, DVDs und CDs ausgeliehen werden Der Medienbestand umfasst 8600 Medien, 2012 wurden 24.000 Ausleihen erreicht Vereine Die Freiwillige Feuerwehr Schrossberg besteht aus den sieben Abteilungen Schrossberg, Badenstein, Ettenhausen, Leutzendorf, Riedbach, Schmalfelden und Spielbach Rund 170 Feuerwehrleute sind in den Abteilungen aktiv Außerdem gibt es eine Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine Altersabteilung Der Turn- und Sportverein TSV Schrossberg wurde 1864 als Turn-Gemeinde Schrossberg gegründet und besteht heute aus den Abteilungen Fußball, Leichtathletik, Turnen, Tischtennis, Tennis, Badminton und Volleyball Der Gesangverein Liederkranz Schrossberg wurde 1856 gegründet und besteht momentan aus zwei Chören Dem seit dem Gründungsjahr bestehenden Männerchor sowie dem zu einem späteren Zeitpunkt gegründeten gemischten Chor Der gleichzeitig Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde ist Der Liederkranz unterhält seit 1992 eine Chorpartnerschaft mit dem französischen Chorale d'Otrion aus der Nähe von Lehmanns Sonstiges Auf der Gemarkung der Gemeinde befindet sich das Fuchs-Labyrinth, die viertlängste Höhle Deutschlands Von Juli 1947 bis 1953 befand sich die Württembergische Landwirtschaftliche Genossenschaftsschule in Schrossberg Sie war der Vorläufer der heutigen Geno-Akademie in Stuttgart-Hohenheim Die Schule wurde auf Initiative des damaligen Verbandspräsidenten Eugen Grimminger eröffnet Persönlichkeiten Ehrenbürger Hermann Kellermann Rudolf Neu Söhne und Töchter der Stadt Karl Thomas zu Löwenstein-Wertheim Rosenberg Geboren auf Schloss Badenstein Österreichischer Offizier Württembergischer Standesherr August Bohmhardt Geboren in Schmalfelden Dekan in Augsburg Berühmter Prediger der Erlanger Theologie Johannes zu Hohenlohe Badenstein Geboren auf Schloss Badenstein Oberhaupt des Hauses Hohenlohe Badenstein Württembergischer Standesherr Paul Wolf Stadtbaurat in Hannover und Dresden Fritz Hein Chorleiter und ab 1923 Organist am Ulmer Münster Baurat Hermann Kellermann Präsident des Technischen Landesamts Württemberg von 1950 bis 1952 Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen Jakob Hüffner wohnte und starb in Badenstein Konstrukteur und Erfinder Berühmter Berühmter und ab 204